Guten Abend, liebe Wittenberger, wie immer am Montag zum Protestspaziergang hier in Wittenberge vor dem Kulturhaus, der Treff. Die vergangenen Tage hat sich viel getan, auch in der Politik ein Zeichen, dass wir weiterhin auf der Straße bleiben müssen. Dazu wünsche ich uns heute Abend allen einen angenehmen und ruhigen Protestspaziergang und muss wie immer auf die Abstandsregeln hinweisen im Rahmen der Brandenburger Verordnung. Viel mehr bleibt mir heute nicht zu sagen. Viel Spaß und einen ruhigen Spaziergang. Danke. Vielen Dank. Die Stadt ist in der Nähe von der Stadt, die Stadt ist in der Nähe von der Stadt. Was? Das sieht aus, so standen wir in den Asen, also hier, wie der Sohn ist. Ich steh nicht mehr ans Telefon, es geht jeden Tag los hier. Ich steh nicht mehr ans Telefon, es geht jeden Tag los hier. Ich steh nicht mehr ans Telefon, es geht jeden Tag los hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sie sollen nur halbseitig gehen. Ich nehme die halbe andere Seite. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020